Musik Herzlich Willkommen zurück zu FIFA 19 mit mir dem Jahre 85 vom Knalltüten Gaming und heute sind wir in der Europa League im Halbfinale gegen den FC Turin Training, lass mal gekonnt aus, denn wir sind auch so gut und wir spielen bei uns zu Hause das Hinspiel wir spielen in Weißrot und Turin in so grün, das ist ja so drecksgrün wie auch immer, Hauptsache es wird gut so Angriffsenarchie Bronze der erste Ball sitzt oder der zweite auch, da lässt sich gut starten ich gehe mal davon aus, dass die jetzt etwas stärker sind unsere Spieler machen sich noch schön warm das klappt erst rein die Turiner natürlich auch es ist nicht Juventus Turin, es ist nur FC Turin nicht, dass er das jetzt irgendwie verwechselt und da geht es auch schon los Mannschaften stehen da wir stehen auf dem Platz und spielen von links nach rechts los geht es oh, steht das Passspiel naja, egal der erste Angriff war auf unsere Seite passt er wird abgenommen wir sind immerhin im Halbfinale deswegen gehe ich mal davon aus, dass jetzt kein leichter Gegner mehr da ist guter Pass von Jaro spielt rüber 1 zu 0 ein super Passspiel sehr schön das muss man nochmal sehen und Timo Werner hat es am Ende gemacht und hier nochmal der Pass dann quergelegt und Timo Werner trotzdem noch gegen die Laufrichtung sehr schön 1 zu 0 so, jetzt können wir unser Spiel erst mal auf hier wieder weiter Ball eine weite Flanke und Jaro kommt gerade so nicht ran nicht so schlimm das war es ganz schlecht gemacht hätten wir vielleicht gerade draus machen können wir sehen nächste Flanke oh ein Pfosten Jaro macht ihn als Abstauber 2 zu 0 ganz kurios da wollen wir der Ball an den Pfostenring auf jeden Fall Jaro hat es gemacht schöner Haken die Flanke kommt das war der eigene Mann der den Berge geforscht geköpft hat aber Jaro stand zur richtigen Zeit im richtigen Ort 2 zu 0 jetzt Turin im Eingriff schießen aus allen Lagen wollen aufs Teufel kommen raus das Tor aber treffe nicht jetzt Turin wieder im Eingriff und Klaufefall ins Abseits sehr schön wir pennern den Ball nach vorne sehr weit vorne so schlecht das war der eigentlich gar nicht aber unsere Spieler standen dort halt nicht das ist ein Nachteil der Pass von unserem Jaro guter Laufpass Schlussversuch der Torwart hält die Turiner mit dem nächsten Angriff die lassen einfach in die Schlocke na gut die wollen ja auch ins Finale kommen Ecke für FC Turin und der Ball und fast ein Jaro ganz fast so super Angriff jetzt oh ja ja ist aber weggeschubbt so unfassbar das ist wieder mal nicht gepfiffen dort so oh gut gesehen knapp war ganz knapp schwindelig Trink spielt uns ganz schön schwindelig oi mensch schönen Spielaufbau Flanke Kopfball oh knapp vorbei aber ein super Spielzug mal wieder wir sind dem 3 zu 0 näher als Turin dem 2 zu 1 so jetzt haben wir mal ein schnelles Spiel das schnelles Spiel klappt ganz gut aber ja hat geschlafen ist aber kein Problem 2 zu 0 zur Halbzeit das sieht gut aus Finale wir kommen beschickt das Istanbul und Lazio Rom dort steht es noch 0 zu 0 wir wissen also noch nicht wer unser Finalgegner sein könnte muss man jetzt doch ein bisschen mit Vorsicht genießen es gibt da schließlich noch ein Rückspiel und hier noch eine zweite Halbzeit und hoch an die Luft an die frische Luft guter Schuss aber auch gut verteidigt von Gulaschi Ecke für Turin Ball kommt Gulaschi faust den Ball bloß weg kann ich natürlich festhalten und ein hoher Ball für den Jaro aber der Ball wird vorher weggekickt ein Wurf Jaro wird ausgewechselt ein Wurf für uns Flanke Torwart faustet weg direkter Schuss mal und es gibt Ecke und bei dem 2-0 können wir mal was probieren so ein Ball den kriegen wir auch ganz gut gegen guter Fehlpass so geklärt ein Wurf für Turin nächster Wechsel ganz eng machen selbst in der Außenlinie das ist eng nicht nur in der Mitte aber jetzt hat Turin immer aus zu Ballerplatz und der ging daneben zum Glück zum Glück Abstoß von unserem Gulaschi gut gemacht jetzt wird das doch gepfiffen wir haben uns bloß den Ball geholt das ist ja böse oder irgendwas das Sturm wirft das Tor zu ah die Flanke wäre eigentlich besser gewesen warum Flanken wenn es auch flach geht ne das Klinge aber nicht flach ja schon und die Flanke kommt super Flanke aber leider ging das daneben oh Ball verstorben kämpf 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 jawoll abgelaufen der Ball nichts ausser jetzt spinnt sie denn der spinnt nicht das haben sie strecken weil sie echt gut drauf ah uiuiui Mensch das ist aber alles ganz 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 eng da war nichts gut gesehen Flanke oh und der ist gestolpert und er langsamer wird hat er Pech gehabt hat er auch kein Foul weiter Ball Einsatz ist Astrein und er schießt Turin das 2 zu 1 die holen auch direkt den Ball sieht man es nochmal gut gespielt ja und er hat gepasst jetzt wird es nochmal eng 89. Minute noch ein Schuss von uns Tor was auch immer das war schön flach abgefälscht unhaltbar für den Torwart 3 zu 1 gut gemacht einfach mal so wie aus dem nichts abgefälscht und rein ins Tor sehr schön Kunha war es so ein bisschen der Bruder vom Gunnar jetzt kann er hier sieht man mit abpfeifen noch kurz oh ne dann lässt es noch nicht aus nochmal ein Schuss ja es wird nicht gefilfen doch ah nicht so schlimm schon 6 Minuten nachgespielt wo bloß 3 Minuten angesetzt worden müsste jetzt gleich der Abpfiff ertönen und zwar jetzt wir gewinnen das Hinspiel im Halbfinale gegen den FC Turin mit 3 zu 1 sind glücklich unsere Fans auch die Turiner sind etwas traurig die haben es jetzt natürlich ganz schön schwer im Rückspiel im Hinspiel 0-0 beschickt das gegen Lazio Rom nicht verkehrt und jetzt sind wir auch wieder in der Bundesliga wir sind 5 Punkte in der Bayern aber Schalke ist bloß noch 2 Punkte vor uns es wird interessant und wie es weiter geht sind in der nächsten Folge von FIFA 19 bis dahin macht's gut Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt sobald eine neue Folge verfügbar ist bitte warten und so bis zum bis zum bis zum bis zum